Yo Leute, herzlich willkommen, neues Overwatch Let's Play hier, mit meinem Kumpel Young, Young vor allen Dingen, äh, Young, 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 ich muss mal gucken, so wen spiele ich hier, ich hab keine Ahnung, ich hab fünf Sekunden, scheiße, 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 oh, ich nehm Junk Red, Junk ist immer ne gute Wahl, so, wir haben es doch nicht, doch, Junk Red ist geil, nein, wenn die Teamkomposition nicht stimmt, dann ist es ja scheiße, jetzt einfach, richtig ist nur, dass ich einen Korb mache und das hab ich nicht, okay, Na, na, oh, wen haben wir denn hier alles, wir haben ne Lucien, wir haben ne Anna, wir haben einfach drei fucking Supporter, Leute, ihr seid scheiße, ihr seid einfach alles scheiße, mir fällt grad auf, ich hab mein Handy ab, so, das lenkt mich grad leicht ab, aber egal, Was denkt sich da? Der Fleck auf meinem Handy, deswegen ich hier die ganze Zeit brutal hart daneben schieße. Genau, du bist mit dem Handy, wenn ihr auch gar nicht auf dem Fernseher auf geht, so, okay. Ne, das liegt am Handy, ich nehme mir damit auf, weiß. Genau. Oh, das ist ein Roadwalk, der Pistol, der Pistol, der Pistol, der Pistol. Ja, ich hab die Tracer getötet, was denkst du nur noch, oh fuck, ach da. Ja. Warte, alter, was? Kannst du nicht einfach töten, man, die hat auch Gefühle. Tracer hat keine Gefühle. Scheiße, ist ne nervige Fliege, die bloß nerv, 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 man. Hast du den süßen Hintern? Oh, du hast doch das Space Frogs Video gesehen. Ja, ja, komm schon, komm schon. Fucking May, alter. Wenn ich May nicht spiele, hasse ich sie, weiß. Das, das, dieses Prinzip spielst du einen Charakter nicht. Dann, nein, das, kann doch hier nicht wahr sein. Fucking Mercy, alter. Was geht, ihr habt, man? Topion, heil mich. Auch wenn das einfach nur Sinn ergibt, so. Topion, heil mich. Topion, 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 du sollst mich heilen. Oh, Roadwalk ist gestorben. Und ich hab keine Eliminierungspunkte gekriegt. Alter. Warte mal, wir haben keine Mercy. Oh nein, 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 das ist nicht gut, das nicht gut, das nicht gut, das nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, ich sichere, äh, second side up. Ach, Roadwalk, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, nein, 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 ich lebe. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich lebe, ich lebe. Äh, zur Info, Jan, wenn May dich Eidfried, dann ist es ein Wunder, wenn du überlebst als defensive Klasse. Okay. 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 Wie gesagt, ich blick da eh nicht durch. Eh nicht durch. Ich hab... Ja, noch nicht. Ist hier auf die Grenze Nullmal gespielt. Ich mein, überliegt dir jetzt mal Nullmal. Oh, Mer. Töte. Fuck den Besten, Alter. Ja, komm mal. Digga, okay. Ich spiel selbst Besten, ich weiß, worum es da geht, also. Oh, Mato, die Simplation sowieso, Alter. Es ist Zeit, weil Reifen wechselt. Doch, du hast gerade jemanden getötet? Ich hab May getötet. Das war, das war, das war es eindeutig wert, Alter. Siehst du, oh, Roadwalk, Alter. Ich bin Play of a fucking Game damit, Alter. Ja. Ja, unbedingt. Ey, wir haben einen gewonnen. Uh. Und woran landet ihr jetzt? Ah, 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 ah. Last kill, Digga. Ich hab das. Es gibt einen Punkt, es... Zu dem Modus, es gibt drei Modi, es gibt einen Punkt in der Mitte. An sich. No. So, den muss man eigentlich nehmen. Wenn, wer, wenn man hält, bekommt man Prozente. Erreichst du 100%? Hast du gewollt? Ja. Ja. Wenn du den Punkt nicht hast, erhältst du natürlich 100%. Macht Sinn. Informiert euch hier. Ich hab Bock auf Supporter, aber ich will meinem Team irgendeinem... Ähm, 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 wenigstens etwas nützen. Ja, stimmt. Supporter bringen ja nichts, sie fahren kein Damage genau. Deshalb sind sie total useless. Ey, das war gerade nur Sarkasmus, man. Du scheiß Bisch. Ja, aber von mir war das überhaupt Fender-Kassismus, weißt du? Wieso, wieso wechsele ich, äh, am Anfang dieser Map einfach dauernd die Standorte. Also das letzte, das letzte Mal, als ich auf dieser Map war, war ich auf der anderen Seite. Weiß, das ist total confusing, ey. Oh, yeah. Oh, yeah. Symmetra. Schädel auf meine Granaten. Oh mein, komm schon. Wieso haust du jetzt ab? Ich muss dich töten. Meine Granaten machen auch andere, auch Spielern aus meinem Team Schaden. Oh mein Gott. 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 May. 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 Bist du doch da? Nö, May ist abgehauen. Okay. Du hast gesehen, wie best ich du bist, bist du weggehauen. Junk Red ist heiß as fuck. Darf ich es dir beweisen? Hot as fuck. Ich beweise es dir. Erstens, indem ich den Bäschen zerstöre. Und zweitens, durch mein Emote. Die immer so halb durch Schnee nicht gerade. WTF, Mann. Das ist halt die Scheiße. Wir packen auf, wir sind gerade mal bei 5 Minuten. Also der ist so heiß, dass auch Schnee zum Schmelzen bringen könnte. Gut. Also wenn das echt so wäre, das wäre ganz schön krass, alter. Ja, eigentlich auch, ne. Also das wäre zu Blizzard-Fanzen. Vor allem, Overwatch hat gesagt, dass May mit die stärksten, mit einer schon festen Ultis hat. Vielleicht auch, weil sie sich den Ulti-Namen mit dem Entwickler teilt. Ey, komm, damit was ich eben... Digga, Typke, ich hab viel gekippt, man im Play of the game, alter. Also, ey, Grifert und den Wiklo sagt mir nur Maxen was. Maxen hat ja, aufgehört. Oh nein, oh nein, oh nein, ich gehe auf Sicherheitsabstand. Du hast eben grad diesen metallischen Sound gehört, ne. das ist der sound wenn bastion ultet wenn er seine ult aktiviert was grad mega schlecht ist dass ich runtergeflogen bin du bitch du scheiß backer bitch alter kuruno confirmed ich habe ich habe treffer punkte ich habe den typen geschadet so lange genug lebe und ich hoffe es war nicht natürlich war der der sonst weil er tot ist oh und mei äh nicht mei mercy beliebt wieder alter der pistol von unserem punkt ich habe nie weh zu mercy penetriere sie doch einfach ganz hart weißt du das musst du näher am mikrofon sagen ja es ist mir alles egal warte 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 jetzt kommt jetzt kommt ja hier ich bin play of the game alter hier siehst mercy und reaper sage ich schon alter besten down alter ja ich gebe sogar da ich gebe sogar aus ausgleich der feindlichen mercy mein punkt ja einfach nur weil ich so sozial bin und denke dass die scheiße ist sozial sie hat nur 13 sie hat nur 13 sie hat 13 die von sie wessen es ist nichts tages liegt vielleicht daran dass ich zum ersten overwatch spieler heute es ist nichts noch 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 es ist nichts noch